Ja, ich glaube nicht, dass Jürgen eine Message von mir braucht, ehrlich gesagt, nach dem Spiel. Ich würde enttäuscht sein, genauso wie wir es gewesen wären, wenn wir es verloren hätten. Das ist beim Finals nun mal der Mist und von daher habe ich keine Sorge, dass diese Mannschaft mit diesem Trainer nicht noch sehr, sehr viel gewinnen wird, weil dafür ist es einfach zu gut.